Neulich kam ich abends sehr spät nach Hause Ich machte die Tür zu meinem Zimmer auf Das Licht ging irgendwie nicht und da war mir alles klar Und ich erschrak im tiefsten meines Herzens Denn ich wusste, in meinem Bücherregal da Hängt ein sprechender Affe Und ihr fragt euch bestimmt, warum weiß ich, dass der Affe sprechen kann Er sagte Dõi 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 Ich rannte aus dem Zimmer und schloss es Ach zum Glück hab ich immer einen Zimmerschlüssel parat Ich schob sogar einen Schrank davor Doch leider war's nur ein niedriger Stuhlschrank Der der das Schlüsseloff nicht ganz verdeckte Deshalb tragen das Geräusch immer noch an mein Ohr Don, 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 don Der Affe sagte Don, 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 don Don, 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 don Don, 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 don Don, 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 don Ich rannte auf die Straße schnell zum Hauptbahnhof, der sehr nah an meiner Wohnung gelegen ist. Ich fuhr zu meinen Eltern in den Tarnhus. Mein Vater fragte, was machst du hier? Wir schauen gerade in aller Freundschaft die Art Serie, die deine Mutter guckt. Warum hast du nicht vorher angerufen? Und obwohl ich den fragenden Blick in seinen Augen sah und wusste, wenn ich jetzt nichts sage, eskaliert die Situation mit meinem Vater. Hatte ich nur ein but im Kampf, was lautete Doi 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 Doi. Ich dachte, doin, 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 doin. Als ich zwei Wochen später wieder kam, war ich sehr froh, der Affe war verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt. Alles, was von ihm übrig war, waren nur zwei Haare Und ein Zettel auf dem Schreibtisch, auf dem geschrieben stand Und jetzt alle wieder genau. Vielen Dank, danke schön. Vielen Dank.